an da ja gut aber noch ein jub war boah jetzt hast du grad voll den jump verpasst perfekte landung echt da hau ich die krassesten bilder hin und du schaltest in pause um oh warte mal ich seh hier grad geld hier steht grad bares am gras rand warte mal verkauf mal ein auto onkel komm bevor du was machst verkauf mal lieber das auto da guck mal hier steht noch so einer kriege ich eigentlich für den sotan rs oder jub geld ja aber kisten bringen 9000 glaube ich mal gucken vielleicht habe ich ja glück denn dann spawnt irgendwo noch jemand von denen aber ich sehe in der city kein lücker obwohl wenn ich mit dem auto fahre dann dann spawnt doch eigentlich der nähe immer irgendwo ehens oder aber der rs der ist so selten dass das geht das spawnt häufiger ich ich bis jetzt noch keinen gesehen ja jetzt spawnt aber aber nix mehr so bei wo fährst du denn an den vorbei ne du bist ja hier schon drin oder in einer bestimmten ecke oder von von los santos ja der spawnt wo war denn das äh oh du fragst mich die sachen bei den kaputten den 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 kaputten den brauch ich hier nicht zu das ist nicht bei sandyshorts das ist da auf dem weg über den berg rüber weißt du was ich meine also wenn du aus der stadt rausfährst über über winwood da über die hills bis dahin falle fahr ich jetzt aber nicht da hab ich hier gerade erst hergekommen ja da hast du wahrscheinlich auch her ja stimmt da siehste man bin ich gut weiß ich die locations aller autos aber normalerweise ist das gta eigentlich immer so äh dass du wenn du das auto hast das dann komischerweise im verkehr dann irgendwann auch auftaucht aber ich sehe hier nur so diese grundlet dinger ohne ende das ist echt komisch meistens von die autos dann wenn du sie nicht mehr brauchst hatte ich häufiger als der zeit so dass wenn ich ein auto überhaupt nicht haben will kommt es jetzt kommt wieder ein ganz ganz komisches deadmatch 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 das mist witsch machen wir dass wir den ding wir können es ja mal probieren so immer so und immer so oder mit 20 minuten 30 10 minuten 10 minuten 20 külsung 30 külsung gemacht 30 külsung ja wir machen mal 30 külsung weil wir sind ja auch ein paar mehr leute ja aber es muss ja ein ach so das richtig bei der cd denn alles zusammen ich finde es scheiße dass ich dann diese dinge noch mal auswählen kann ja das ist das absolut kacke eben dass du dann in so eine in so eine gta-lobby nur reinkommst wo du nur wirklich die gta-missionen auswählen kannst ne also die von rockstar direkt sind beziehungsweise verifiziert aber nicht deine eigenen was steht da base attack schon wieder youtube schleichwerbung ich glaube ich weiß wie man youtube werbung machen kann ich habe es gerade rausgefunden wieso nimmst du ich weiß nicht ob das ich hab den map editor noch nicht auf gehabt keine ahnung vielleicht geht das ja wie bei little big planet kopierst einfach du was ist los hier ist einfach die komplette mehr frakt ein auto ins garage ach so kannst ja mal sagen dann wird man nicht so auf dem stummen gast hast du dir ein auto gesichert oder was so edda oder was bei den gehältern hier ich sehe da schon panzer ich ahne nix gutes ja ich sehe ein helikopter ich ahne ich glaube das onkel ich glaube du weißt was das ausartet da stehen wahrscheinlich wieder jets rum und panzer und alles mögliche dort schwascht mit der gettling einmal durch das kriege ich nicht hin wenn der gettling überhaupt nicht ja genau das habe ich auch gerade gedacht Okkuhl Hallo Hallo Onkel er dann Onkel er dann Onkel er dann Onkel der war bestimmt noch ein Topper ja diese ja wir waren ich muss ja hier auch aber ja geht auch wir haben auch gerade geworden nö Deutsch oder oder lass einfach laufen ja ja ich lass einfach laufen die Flasche legt in die Pipeline die soll es auch um die Flasche ey das ist jetzt äh Deathmatch ja oder hab ich jetzt Team Deathmatch gelangen trauen wir uns jetzt gegenseitig einfach auf den Sack oh ne 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 das ist Deathmatch schauen wir mal Busse oh what the fuck das ist mir persönlich mach Deathmatch äh Deathmatch noch hier machbar das ist mir persönlich mach Deathmatch noch hier machbar ach so siehst du das ist scheiße hallo ach du scheiße alter was das wirst du hatten der für ne Waffe die die du auch hast ich hab feste genommen what the fuck ja ey wir kassieren hier Onkel Staub wieder mal ab hat man so richtig gemerkt Ruhe jetzt Ruhe Aua ich muss mal mein eigenes Geld wieder einsammeln hier gehen die hier ab alter was ist das denn hier alter also so schlau war er schon mal das er geschafft hat dass die Fahrzeuge direkt nehmen oh nein hör auf mich ab zu knallen oh die Spawns die Spawns sind aber auch dämlich gelegt hier alter ziemlich weit weg alter oh Onkel mann du echt du kleiner Camper was ich bin da auch grad hingekommen ja ich komm noch nicht mal dazu ansatzweise was zu starten Alter wir sehen doch mal an ey das ist ein Scheiß kriegt ihr nicht ich würde knieten ich bin doch nicht mal gestartet und schiebe bei Raketen auf ihn wow wow wie ich nicht hab ich dich Onkel hä ich häng hier irgendwie zwischen Haus oder was es da sein soll für mir Gebilde und und äh Bus und kann mich nicht mehr bewegen waaah jetzt hab ich dich ey Haufen Raketen ich lauf hier und ihr 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 macht hier also irgendeine andere Kacke Killserie ja hab ich ihn erwischt hab ich ihn noch erwischt ne Onkel Baby kann man dieses Haus rein gehen? ne das sind die Lagerhalle ne das ist das komische Haus mitten auf der Startbahn oh uah uff hier stehen da Motorräder rum wuah 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 ha 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 heiia komm ich hole dich runter alter holst du mal einen runter wuah mal sehen wer hier wen runter holt ich hol dir einen runter genau ich hol crazy einen runter da kriegt er einen ha 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 ist klar alter ja ist auch so wuah 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 Komm mal raus da So geht das nicht hier Alter So geht das nicht Toll schießen wir auf mich anstatt dass wir sich gegenseitig abknallen Man Mann das ist voll unfair wenn ihr beide auch nicht Ja ist klar Mimimimimimimimimi Wow, echt eine heil Rico Oh oh Erst ist das frei für alle oder macht er so eine Scheiße? Okay ist klar Er ist free for all, Digga Ach machst du das jetzt schon mit dem Alter oder was das scheint was ich noch raus Nein! Haha! Mann, hat den hier, der es gebaut hat? Hat Schnaps gesoffen? Oder was hat er geraucht? Hey, Schnaps gesoffen? Was hat er geraucht? Ja, oder hat er geraucht? Irgendein Zeug geraucht? Das gibt's doch nicht! Ach du Sau, Alter! Ah! Die bombardieren sich ja gegenseitig in der Luft! Alter, aus! Boah, zack! Voll Headdy! Boah, zack! Voll Headdy! Oh, mit dem riesen Ding, der da hat er mit dem Headdy verpasst! Wir haben hier einen Kampf der Titan! Blackhawk gegen Blackhawk! Okay! Alter! Jaaa, ich hab Blue erledigt! So, es fehlen nur noch zwei! Dann fliegt doch was! Boah, jetzt fängt man an mit den Aussetzern! 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 Dann fängt man an mit den Aussetzern! Aber, jetzt fängt man an mit den Aussetzern! Ah! Einer fällt wieder aus! Ein Rot ist ausgefallen! Hoch, 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 hoch. Hadaaa! Nein! Yeah! Unkühl ist tot. Ich geh natürlich! Naaah! Nein! Pah! Graz erwischt! Scheiße! Ich seh mitten aufm Airfield! Was mag ich jetzt? Sterbe! Beste Lösung! Alter! Ja, ob noch Helikopter nicht, ne? Haben wir alle vernichtet. Hm. Das Gebiet ist auch irgendwie riesig, oder? Das war irgendwie riesig für das Gebiet. Oh, wer kämpft nach Orkris, du Dachcamper, man! Aaaaah! Sitzt der da oben auf dem Scheißteil? Wir wissen auch den einen Jet, der will jetzt beifliegen und dich in der Luft jagen. Ah! Verdammt! Stille und heimlich, Alter! Hinten bist du kalte Küche, Alter! Hinten 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 Wie ist das das? Ich fahre hier extra hin! Und dann spawnt er einfach geist ... Er fährt im Bus! Er greift im Bus durch die Gegend! Ich glaub das jetzt nicht! Oh shit! Das war's wohl für den Bus! Ey, das will mich wohl verarschen hier! Ah, wie geil! Jetzt hab ich ihn! Nimm der sich in den Bus, Alter! Geil! Der Hedi landet auch noch einwandfrei! Danke! Oh, hü! Bloß weg hier! Bloß weg von dem Psycho! Oh! Aaaaaaah! Ich dürr's ab! Starte doch! Dieser Heli! Oh! Alter! 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 Wie wir abgestiegen sind! Boah! Bam! Ey, wie viel kann der einstecken? Das ist doch nicht normal! Gib's doch zu, du hast irgendwas gemacht! Irgendwas stimmt doch nicht bei deinem Account! Ja, klar! Ja, ist so! Das ist nicht normal! Das muss ich ja wissen! Ah! Weißt du wie viel... Ich hab so viel Spielererfahrung in dem Kack-Game! Ich muss das eigentlich am besten wissen, wann einer irgendwie... Ja, na klar! Ja, über stimmt jedenfalls nicht! Du kannst so viel fressen, das gibt's gar nicht! Es ist aber gut hier! Ja, ist so! Er sieht nicht an! Ähm... Ich meine, erstmal kann ich ihn nicht mit dem Autoscope... Irgendwie passiert da nichts bei mir! Ich visier ihn nie an automatisch! Ey! Und... Da frisst er unglaublich viel! Weil ich Weste und volle Energie hatte! Oh, jetzt hab ich Blue überfahren! Oh! Alter, der war aber Lucky gerade, Alter! Oh! Lucky, Lucky, Lucky! Lucky, Lucky, Lucky! Lucky, Lucky, Lucky! Oho! 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 Ich hab Blue fast überfahren! Der hat mit dem gepanzerten Geldtransporter durch die Gegend! Das ist kein Geldtransporter, das ist los! Ähm... Irgendwas... Los! Blue, hab ich dich überfahren? Jo... Wie packt der denn hier rum mit der Steuerung? Oho! Oho! Alter! Wack da! Alter! Schnell weg hier, Alter! Hahaha! Die Trickser! Hahaha! Wieso stirbst du nicht? Du warst unter dem Wagen aber auch hier! Ja! Zaunig du mal! Wie ich schon sagte! Sehr verdächtig! Du kannst echt extrem viel Scheiße fressen mit deinem... Vielleicht liegt seine Hautfarbe! Stimmt! Na, hinter mir schon wieder einer her! Mann, was wollte ich immer von mir! Mann, was wollte ich immer von mir! Ja! 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 Das ist nervig! Ja, von der erwischt! Ja! Ja, ca joerointe! Woah! Ja mathematics- gar nicht mehr reagieren ein Teil der Verlöschung ich kenne sie haben zu denken wir können so eine Kohle einsammeln und dann BAM keine Scheiße liegt meine Längchen rum Landebahn keine Ahnung hoch und wo ist vor und weiter der erste Panzer Prozent ich bin das weiß ich der Abflüge die Hälfte die haben sich in der Stadt komisch mit der Hälfte aber bei dir ist schon der Reifen im Arsch hinten ja ich könnte gar nicht mehr fahren also ich fand lustig wie du mich geschossen hast ja provisorisch halt ne weil der halt anvisiert ja oh scheiße jetzt war ich mir zu langsam oi ich freue dass das vorbei ist hier oh schade schade ist schon irgendwie lustig doch ich find die ne geht gar nicht weil man nicht so viele Sachen machen kann und so viele Sachen nutzen kann JA HEISCHE noch erwischt aber gerade so ey die Dinger spawnen aber nicht das find ich voll komisch dass hier keine neuen Helis sind und so einmal benutzt einmal runter geholt ist das Ding weg yay dritter bin zweiter also wie hat's gefallen wenn ihr die ganze Zeit mit den Helis da vorhin rum gemacht habt ja mit dem Heli hat es ja Spaß gemacht aber jetzt so zu Fuß da weißt du du hast keine Fahrzeuge mehr alle sind irgendwie irgendeiner hat da schon dran rumgefummelt die Dinger sind alle im Arsch und dann versuchen wir da wieder auf der anderen Seite zur Landebahn zu kommen zu euch weil du kannst gar keine Kills machen und wenn du dann drüben ankommst wirst du sofort gekillt weil der Dinger ist schon rum stehen aber ja noch Fahrzeuge rum also man hat eigentlich schon eine Chance also naja man muss das am Anfang erstmal bewusst begreifen ich fand das am Anfang total konfus weil da mitten auf der Startbahn diese komische Gebilde stand diese selbst gebaute da und äh dann bin ich da irgendwie zwischen Bus und diesem Gebilde irgendwie hängen geblieben weißt du was sind das da sie wer hat denn das da umgenommen ich ne ne man was ist denn das da du ich 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 also ich fand das ja immer schlecht wieder scheiße hat das jetzt mal einer markiert das war da so eine Usermap war fuck ich fand das ganz cool muss ich sagen ich fand das auch ja also ich ich guck mit richtig vielen Leuten im Team Deathmatch macht das bestimmt richtig Spaß ich finde ich finde ja eher die Helis finde ich eher scheiße weil die da irgendwie so overpowered sind aber ja ja weil die weil die weil die halt äh immer noch besser wie hier weißt du noch Onkel dieses eine Deathmatch wo überall Jets und Panzer und was weiß ich alles rum standen das war das find ich eher das war jetzt grad geil weil dann dann fliegt der eine mit dem Jet rum und bannert erstmal die ganzen Panzer rum wenn ich ehrlich bin mir hat mehr Spaß gemacht wo die Helis weg waren mhm ja ich hab mir erst gar nicht ein Heli genommen bin die ganze Zeit nur gelaufen ja aber den Spaß musst du dann schon mitmachen weil sonst hat es keinen Arsch wenn du dann da unten rum kriegst und die Helis da oben musst du schon versuchen die Heli zu krallen Ohr der war so ich bin nur ein Seed Shark ist es nur ein Seed Shark ja auch die Hins ist nur ein Theo jetzt 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 geht es jetzt denn nämlich mal Tarnfarbe Tarnfarbe ja blau Blau Wasser Tarnfarbe Katz das ist das ein Mann war so sehr blau und natürlich immer wenn man das ist der Raum hat immer durch die Stimme transparent drei Transparenz genau im Storopor und ich glaube ich habe die Dinger ich habe noch nie hingekriegt mit den keine Ahnung Zufall er hat sogar eine Hupe die Hupe, ja, die geht ich kann nicht, dass so ein Ding überhaupt eine Hupe hat und Onkel? Mutter nimmt teil Ach, hier den Kanal lang, ach, im Sau, ey Oh, nein! No, Cray, sie bleibt stehen und hat mich natürlich mit angehalten Ach, nein, ich bin hin Ich las noch nicht mal ein Bikini an, kein Wunder, dass du so schlecht bist Ich lasse an so einem halben Kilo nassem Kleid noch am Kopf kleben Was auf Grund hier laufen wäre Ich fahre hier so gern lang, ich finde das so geil Oh, der haut mich wieder raus, der Chris Mann, da muss doch auch das kleben Ich kann mich nicht drehen, wenn ich in den Schrumpfschälen bin, Mann Junge Ja, so richtig Drück ich, da kann ich nicht drehen Das ist lustig, wie ihr euch die ganze Zeit immer zopft Das ist echt Mein Gott, da verliert halt mal einer von euch Da verliert halt mal Dodge, ne, und? Ja, eben Ist doch doof geschissen, Mann Kann halt nicht immer gewinnen, Dodge Dodgeilein Dodgemunch Ja, das muss doch noch werden Boah Alter Boah Merk, ey, mit TeamSpeak bin ich voll die Katastrophe Hä? Wie mit TeamSpeak bist du voll die Katastrophe verstehe ich nicht Ja, ich laber und hör zu und bin voll abgelenkt und baue nur Scheiße Ja, du bist sowieso, wenn wir hier laberst, dass du abgelenkt bist Ja Ist das Sinn am Let's Play zu labern und nicht so gut zu schocken Ja Das passt Ich hab noch nie einen Let's Player gesehen, der viel gelabert hat und gut gespielt hat Noch nie Das kommt aufs Spiel drauf an Ich sag mal so, äh, ja, das kommt Würde ich auch sagen, jetzt kommt das Spiel drauf an Äh, und, äh, es kommt drauf an, ähm, ob das Spiel wichtig für dich persönlich ist Oder ob du gerne dir laber hörst, weil manchmal ist das Spiel irgendwie total egal Weißt du? Kommt drauf an, was da mal so ist Ja, aber zum Beispiel bei GTA Online denke ich, man muss das schon zugucken, um das du da überhaupt Ja, das ist um den Zusammenhang Das ist sowieso, klar, das ist klar Ja, zum Beispiel, ja, aber es sind ja eigentlich so, so, weil es sind ja manchmal so, Spielszenen, die man da kommentiert und sowas Wenn man da jetzt nicht hinguckt, dann ist so ein Let's Play zu gucken, was ist denn los? Wir wollen dich zu freien, oder? Was machen wir jetzt? Noch irgendwas Verrücktes? Um was Verrücktes? Okay Mhm Komplett verrückt jetzt, freien Modus Ja, ich muss pissen, ey Ja, ich auch Das geht doch Na, dann geht doch, Mann Dann mach mal kurz hier mal Ja, wollen wir auch Crazy muss doch bestimmt auch langsam, äh, Stream stoppen, oder? Ja, ich stopp doch immer zwischendurch, das kriegt ihr doch gar nicht mit Da, damit dann mal wer vor Ja, stopp das hier so, grade wenn kein, wenn Wenn, wenn grad keiner was sagt Mach ich, stopp Also, stopp Hab ich ja eben erst vor Ja, genau Oh, Deutsch fahrt ihr grad ganz knapp um mich rum Vor dem Rennen, was wir jetzt grade hatten, hab ich einen Stream schon neu gestartet Das, äh, ist das grade ein bisschen doof, dass ich pissen gehen muss Das sieht aus Warte mal stehen Sonst töt ich dich jetzt mal bitte Du willst doch bloß meine Crazy, komm mal her Bitte, 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 bitte Nicht wegrennen Komm her, hier Wieso haust du mir meine Karre zusammen? Was soll das? Du könntest, ich könntest auch auch nachfragen Ey, nicht! Oma, ich will dann dein Kopfgeld haben, Mann! Oh, Alter! Ja, du seid ja! Hab das schon gewahrt, ja? Ich, ich hätte ganz zelt schon schießen können Ja, warum hast du das nicht gemacht? Ich seh die da anlaufen mit der Karre durch Ja, na, warte, ohne mich, Alter! Okay, was war das? Keine Ahnung Seid ihr jetzt alle auf dem Server? Ich hab dir voll die Rübe weggenutzt und dann sowas Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Geh, sag mal, pissen Ja Tolle Antwort, cool! Ey, was ist denn los hier? Freut mich! Hab ich mich unmuted? Nein! Ich hab da ja einen Zeitwart, Mann! Ich kann jetzt nicht, ich bin abgelenkt, Mann! Ich muss crazy killen Ja, ich kill dich aber die ganzen Zeit! Ja, da... Freunde! Freunde der Sonne! Bei dir bin ich auch mal! Du willst was Verrücktes haben, dann kriegst du was Verrücktes! Oh nein! Das gibt's doch gar nicht! Das ist so crazy! Wie machst du denn? Alter, Junge! Jetzt ist aber... Ich bin so geil! Er bin ein Kind, aber ich kill ihn die ganze Zeit! Ey, du, ey, ey, äh, äh, äh... Vierter Versuch, ne? Ja, hat lange nicht noch gedauert, ey! Ja, hat lange nicht noch gedauert, ey! Du alter Sack, Alter! Die ist doch nicht, ey! Na, ich mach mal lieber... Ich mach mal die Team Deathmatches als Team Deathmatch! Weil ich weiß auch nicht! Oder sollen wir normal Deathmatch? Ich weiß auch nicht! Team Deathmatch als Team Deathmatch! Genau! Ja, 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 ja! Der mir auch lieber! Hat er jetzt wieder nicht verstanden! Der lieber... Deathmatches als Team Deathmatch einstellen! Na? Hm, ist besser! Boah, ich denk, die sind dafür gedacht! Zumal ist deine Team Schuld und nicht nur inna alleine! Komm her, du Sau! Komm her! Putsch, Putsch, Putsch! Was? Hä? Ich hab den Kopfgeld gelungen. Na und. Ich mach jetzt nur aus. 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 Sporadeln raus. Ich genutzte den Ladebildschirm. Echt? Warte mal. Ich müsste dich mal irgendwie. Wie echt? Du bist jetzt echt? Nicht mehr. Was? 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 Ach ja. Ich hab dich jetzt mal wieder eingeladen. Kannst du dann? Nein, ich wollte Bumm. Wie jetzt? Was Bumm? Was denn Bumm? Wolltest du nichts machen? Dann darfst du zu mir kommen. Oh, was ist denn hier Tränengas? Ihh, aua. Hast du den Tränengas? Ja. Du haltest. Schafft ihr uns heute noch? Haben wir schon eine Ahnung? Aber ich habe es total verpeilt. Die anderen sind auch noch auf Toilette. Wer denn? Die anderen? Wer bleibt denn noch? Weiß ich. Kuckuck. Kuckuck. Na du, ist aber gut jetzt. Ich bin aber auch. Double kill. Ja, ich muss pissen. Ich kann aber gerade nicht. Dann geh doch einfach jetzt mal durch die Einladung und geh pissen. Weil das lädt doch dann eh nicht. Eben, wir nehmen jetzt die Einladung. haben wir bekommen. Wir nehmen jetzt die Einladung an und dann gehen wir in die Gemeinschaft die Toilette. Weil ich muss irgendwie auch. Oh. Oh. Boah. Boah. Bluen Deutsch fehlt noch. Ja, bei mir ist nichts ankommen. So, ich bin wieder da. Nimm die Einladung an und... Ach. So. Ich kann ja nicht mal meine Schinken. Boah, ich meine... Boah, ich meine... Oh Gott. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Warum? Ich habe Durst. Wo ist mein Trinken? Will ich auch keine Schleifwerbung machen? Wie... Wie Sirius immer, ne? Chris? Ah. Hä? Chris? Ja, Sirius. Ja. Gerade angekommen. Ja, ich finde es immer lustig. Also, ich... Ja, Wasser. Ja, Wasser. Der wird mit seinem Ja, Wasser. Oder mit seinen Energy Drinks. Habe ich mir gerade so an der Tanke gekauft. Nee. Wo ist die Crash? Crash ist auch unser Hit. Ich war da eigentlich auf Blue noch. Aber Blue hat keine Einladung. Ah, da ist immer wieder ein Team Deathmatch. Oh, ja, ein Team. Können wir mal Blue einladen? Ich kann nicht mehr einladen. Ich habe schon eine Einladung geschickt. Dann geh nochmal auf... Da gibt es ja mehrere Sachen. Ich habe auch nichts mit einladen. Da kannst du auch... Den kannst du auch per Hand nochmal aus der letzten Sitzung oder sowas. Habe ich doch. Habe ich? Äh, hast du? Habe ich. Ich habe hier nichts mit einladen. Ich habe nur Beenden und halt Radio-Sender auswählen. Wäre es nicht. Ja, ich auch. So, jetzt habe ich nochmal gedrückt. Also ich habe keine Ahnung. Bei mir steht eingeladen. Aber ich kann nicht... Aber da hieß nochmal über andere Sachen. Vom letzten Job. Ich lasse gleich die ganzen Leute einlädst, die noch online sind. Oh, ich habe nur eine Einladung von denen bekommen. Ja, reingehen, reingehen, reingehen. Step in the crash. Boah, was habe ich für den scheiß Sender wieder an? Uh's. Uh's. Ach. Fertig gebissen. Mhm. Ja, der braucht lange. Ah, das brennt schon wieder. Ja, hallo? Händewaschen und so? Oder was? Ah, es brennt, es brennt. Ich kann dir... Ich empfehle dir gerne weniger müssen müssen. Es brennt schon wieder. Was ist denn Blue? Vielleicht hattest du den Besuch bei Niki mal lassen im Monat, ne? Blue kriegt keine Einladung. Ich habe mir aber schon tausendmal eine Einladung geschickt, also von mir. Ja, toll. Wir können ihn hier zur Runde schicken, weil wir können ja hier gar nichts machen. Ne, das kannst du ja erst, wenn die Runde dann vorbei ist. Dann kannst du wieder einladen, ne? So war das dann, ne? Eine Runde, nur Blue. Oh mein Gott. Eine Minute einstellen. Zeit nimmt eine Minute. Ja, müssen wir jetzt erstmal starten und machen danach nochmal ein Blue Einladung.